Herzlich Willkommen zu dieser geführten Meditation und Traumreise, die Hellseherin. Diese Meditation führt dich auf eine magische Reise zu einer Hellseherin und begleitet dich zugleich in einen ruhigen Schlaf. Mit der Unterstützung der Hellseherin wirst du deine Wünsche sehen können und die ideale Energie freisetzen, um deine Herzenswünsche zu erfüllen, zu manifestieren. Mache es dir bitte ganz bequem in deinem Bett und schließe deine Augen sanft, solltest du sie nicht bereits geschlossen haben. Komm bei dir an und lass uns gleich ganz in Ruhe deinen Körper und Geist tief entspannen. Du kannst diese Meditation so mitmachen, wie es für dich in diesem Moment angenehm ist. Alles darf, nichts muss. Dies ist deine Zeit, dich zu entspannen und ruhig einzuschlafen und wenn du magst, dabei deine Manifestationskräfte zu stärken. Stelle dir einmal vor, dass du mit jedem Atemzug Ruhe und Gelassenheit einatmen kannst und mit jeder Ausatmung etwas mehr los lässt. So atmest du ein, Ruhe und Gelassenheit und aus, lass los. Ein, Ruhe und Gelassenheit, aus, lass los. Sehr schön. Auch wenn man es manchmal nicht glauben mag, es ist tatsächlich so einfach, sich zu entspannen. Tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Das entspannt den Körper ganz automatisch. Und nun stelle dir einmal vor, wie die Luft sich in deinem Körper verteilt. Von deinem Brustkopf aus in den restlichen Körper. Über deinen Bauch, die Beine hinunter bis in die Füße. Und nach oben über deine Schultern, die Arme hinunter bis in deine Hände. Und durch deinen Hals bis in deinen Kopf. Alle Muskeln entspannen sich. Von jetzt an entspannt dich jeder Atemzug in dieser Meditation noch mehr. Ob du es bewusst visualisierst oder einfach nur zuhörst, jeder Atemzug entspannt dich mehr und mehr. Und so befindest du dich tiefenentspannt jetzt in einem kleinen Dorf. Es ist früher Abend. Es wird langsam dunkel. Die Sonne geht ganz langsam unter. Und die Straßenlichter sind schon an. Du befindest dich in der Halsstadt eines idyllischen kleinen Dorfes. So wie man es sich aus einem Märchen vorstellt. Du fühlst dich wohl hier. Es schwingt eine beruhigende, sichere Energie an diesem Ort. Und ob du diesen Ort und diese Reise jetzt klar verschwommen oder gar nicht deutlich sehen kannst, das tut nichts zur Sache. Denn du kannst meinen Worten auch so folgen. Vielleicht kannst du es mehr spüren als sehen oder irgendwie anders wahrnehmen. Jeder visualisiert individuell für sich. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur gut für dich in diesem Moment. Vertraue auf deine Intuition und darauf, dass du nun ganz automatisch auf diese Reise gehst und eine wunderbare Wirkung erzielst. Du spazierst in Ruhe durch die kleinen Gassen. Du suchst das Haus der Hellseherin. Das warme Licht des Sonnenuntergangs ist traumhaft schön. Und so genießt du einfach deinen Spaziergang durch dieses herzerwärmende Dorf. Das warme Licht des Sonnenuntergangs. Du kommst an der Tür des Hauses der Hellsehren an. Sie erwartet dich bereits. Behutsam gehst du die Wendeltreppe zu ihrem Raum hinauf. 1. Du entspannst noch etwas mehr mit jedem Schritt. 2. Der Alltag ist weit weg und losgelassen für diesen Moment. 3. Du bist ganz in diesem Moment. 4. Dein Körper ist rundum entspannt. 5. Dein Geist ist ganz ruhig. 6. Du gehst immer weiter in eine höhere Dimension des Bewusstseins. 7. Du fühlst dich leicht und zugleich geerdet. 8. Du vertraust in deinen Weg. 9. Dein Bewusstsein erhöht sich immer mehr und mehr. 10. Du bist im Raum der Hellseherin angekommen und rundum entspannt, auf einer gesunden, empfänglichen Ebene des Bewusstseins. Die Hellseherin lächelt dir zu und winkt dich zu ihr. 10. Du setzt dich auf den Stuhl vor ihrem Tisch und sie holt eine wunderschöne Glaskugel hervor. 11. Es ist eine magische Kugel. 12. Mit ihrer Hilfe siehst du genau das, was du sehen sollst, damit sich dein Wunsch oder deine Wünsche manifestieren. 13. Du schaust in die Kugel und die Hellseherin bittet dich nun, an deine Zukunft zu denken. 14. Wie würde deine Zukunft aussehen, wenn dein Wunsch sich bereits erfüllt hätte? 15. Vielleicht kannst du es ganz klar in der Kugel sehen. 15. Vielleicht spürst du es auch mehr oder nimmst es irgendwie anders wahr. 16. Was tust du in der Zukunft? 17. Wo bist du? 18. Wer ist bei dir? 19. Und am wichtigsten, wie fühlst du dich jetzt, wo dein Wunsch erfüllt ist? 20. Wie fühlst du dich jetzt, wo dein Wunsch erfüllt ist? 21. Wo spürst du Freude, Liebe oder andere wohltuende Emotionen? 21. Wie kannst du sie wahrnehmen? 22. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. 23. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. 24. 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 Nimm dir einen Moment Zeit für dich, wie das, wo dein Wust geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön. Die Glaskugel wird dir nun offenbaren, was deine nächsten Schritte sein können, sodass du im Einklang mit deinen Wünschen lebst. Eventuell sind dir diese Schritte schon bewusst. Dann schenkt dir die Hellseherin nun die Bestätigung, dass du anfangen oder weitermachen sollst. Und wenn es ganz neue Schritte sind, die sich jetzt offenbaren, dann weißt du, welchem Weg du ab jetzt folgen kannst. Lass es einfach auf dich wirken. Vielleicht kannst du es sehen, spüren oder anders wahrnehmen. Eventuell kommt es auch im Schlaf oder es wird dir durch Zeichen im Alltag erscheinen. Vertraue darauf, dass du jetzt alles empfängst, was du empfangen sollst und alles ideal interpretieren kannst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Hellseherin bittet dich nun, deine Hände auf die Glaskugel zu legen. Du tust dies und nun kannst du spüren, wie positive Energie von der Kugel in deinen Körper fließt. Du kannst spüren, wie sich diese Energie und damit Zuversicht, Mut und Vertrauen in dir ausbreiten. Du kannst du spüren, wie schlaf, was du bist, wenn du zu scharf, was du gegrüßt. Die Hellseherin bittet dich nun darum, dein erfülltes Leben schon zu leben. Gehe durch einen Tag und spüre bereits in dir, dass du schon so lebst, wie als wäre es das Hier und Jetzt. Du kannst alles bereits durch deine Augen sehen. Du kannst es berühren, schmecken, riechen, fühlen. Alles ist bereits. Mach es so intensiv, wie du magst. Es ist dein ideales Leben. 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 Wunderbar, du hast nun all die positive Energie aufgenommen und kannst deine Hände von der Glaskugel nehmen, sobald du soweit bist. Du bedankst dich bei der Hellseherin und kannst energetisch den Ausgleich machen, den du möchtest. Eventuell sprichst du ihr Dankbarkeit aus und schenkst ihr energetisch etwas Licht und Liebe. Wie du magst, die Hellseherin ist immer für dich da. Sie freut sich über jeden Besuch von dir und deine Dankbarkeit bereichert ihre Magie. Du bist nun bereit, das Haus der Hellseherin wieder zu verlassen und gehst langsam wieder die Treppe herunter. 10. Du wirst angenehm müde 9. Immer tiefer gehst du in die absolute Entspannung 8. Du wirst rundum entspannt 7. Du schläfst heute Nacht mit der idealen Energie für Wunscherfüllung 6. Du wirst immer angenehm müder 5. Müder und müder 4. Du schläfst langsam ein 3. Seelen ruhig 5. Tiefen entspannt 6. Du öffnest die Tür und bist wieder hier bei dir angekommen 6. Die positive Energie verweilt mit dir und so kannst du die Nacht über nun seelenruhig schlafen. 7. Es spielen gleich noch einige Affirmationen ab. Diese stärken die positive Energie der Wunscherfüllung. 8. Du brauchst sie nicht bewusst anhören oder wiederholen. Sie wirken auch im Hintergrund und während du schläfst auf dich. 9. Schlaf gut 10. Ich bin dankbar dafür, dass sich meine Wünsche immer erfüllen. 10. Ich kann alles manifestieren, was ich möchte. 11. Ich bin ein Magnet für positive Energie und Manifestationen. 11. Ich vertraue in das Leben. 11. Ich erlaube alle wundervollen Dinge, die das Universum mir zu bieten hat, in meinem Leben. 11. Was ich sehen oder spüren kann, ist bereits meins. 12. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 12. Jeden Tag offenbaren sich wundervolle Dinge in meinem Leben. 13. Ich bin gesegnet und erfüllt. 14. Ich habe positive Energie. 15. Ich werde von Liebe und Freude geführt. 15. Ich bin ein Magnet für Wunder. 16. Ich bin erfolgreich im Manifestieren. 16. Meine Intentionen für mein Leben sind klar. 16. Ich lebe im Einklang mit meinen Wünschen. 17. Ich kann im Hier und Jetzt jeden Moment genießen. 17. Ich entscheide mich dafür, gut und lieb zu mir zu sein. 17. Ich glaube an meine Wünsche. 18. Ich unterstütze meine Ziele. 18. Ich bin von anderen Wesen umgeben, die mich unterstützen. 19. Ich bin offen dafür, wundervolle Dinge zu empfangen. 19. Ich habe eine positive Einstellung gegenüber Reichtum und Fülle. 19. Ich habe immer genug und trage alles, was ich brauche, bereits in mir. 20. Ich bin genug und ich kann genug. 21. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 21. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 22. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Wünsche immer erfülle. 22. Ich kann alles manifestieren, was ich möchte. 23. Ich bin ein Magnet für positive Energie und Manifestationen. 23. Ich vertraue in das Leben. 24. Ich erlaube alle wundervollen Dinge, die das Universum mir zu bieten hat, 25. Was ich sehen oder spüren kann, ist bereits meins. 25. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 25. Jeden Tag offenbaren sich wundervolle Dinge in meinem Leben. 26. Ich bin gesegnet und erfüllt. 26. Ich habe positive Energie. 27. Ich werde von Liebe und Freude geführt. 27. Ich bin ein Magnet für Wunder. 27. Ich bin erfolgreich im Manifestieren. 28. Meine Intentionen für mein Leben sind klar. 29. Ich lebe im Einklang mit meinen Wünschen. 29. Ich kann im Hier und Jetzt jeden Moment genießen. 29. Ich entscheide mich dafür, gut und lieb zu mir zu sein. 29. Ich glaube an meine Wünsche. 30. Ich unterstütze meine Ziele. 30. Ich bin von anderen Wesen umgeben, die mich unterstützen. 31. Ich bin offen dafür, wundervolle Dinge zu empfangen. 31. Ich habe eine positive Einstellung gegenüber Reichtum und Fülle. 31. Ich habe immer genug und trage alles, was ich brauche, bereits in mir. 31. Ich bin genug und ich kann genug. 32. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 33. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 33. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Wünsche immer erfülle. 34. Ich kann alles manifestieren, was ich möchte. 35. Ich bin ein Magnet für positive Energie und Manifestationen. 35. Ich vertraue in das Leben. 35. Ich erlaube alle wundervollen Dinge, die das Universum mir zu bieten hat, in meinem Leben zu beenden. 35. Was ich sehen oder spüren kann, ist bereits meins. 36. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 36. Jeden Tag offenbaren sich wundervolle Dinge in meinem Leben. 37. Ich bin gesegnet und erfüllt. 37. Ich habe positive Energie. 38. Ich werde von Liebe und Freude geführt. 39. Ich bin ein Magnet für Wunder. 39. Ich bin erfolgreich im Manifestieren. 40. Meine Intentionen für mein Leben sind klar. 41. Ich lebe im Einklang mit meinen Wünschen. 41. Ich kann im Hier und Jetzt jeden Moment genießen. 42. Ich entscheide mich dafür, gut und lieb zu mir zu sein. 42. Ich glaube an meine Wünsche. 43. Ich unterstütze meine Ziele. 43. Ich bin von anderen Wesen umgeben, die mich unterstützen. 44. Ich bin offen dafür, wundervolle Dinge zu empfangen. 44. Ich habe eine positive Einstellung gegenüber Reichtum und Fülle. 45. Ich habe immer genug und trage alles, was ich brauche, bereits in mir. 45. Ich bin genug und ich kann genug. 45. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 45. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 46. Ich bin dankbar dafür, dass sich meine Wünsche immer erfüllen. 47. Ich kann alles manifestieren, was ich möchte. 47. Ich bin ein Magnet für positive Energie und Manifestationen. 47. Ich vertraue in das Leben. 48. Ich erlaube alle wundervollen Dinge, die das Universum mir zu bieten hat, 49. Was ich sehen oder spüren kann, ist bereits meins. 49. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 49. Jeden Tag offenbaren sich wundervolle Dinge in meinem Leben. 50. Ich bin gesegnet und erfüllt. 50. Ich bin gesegnet und erfüllt. 51. Ich habe positive Energie. 51. Ich werde von Liebe und Freude geführt. 52. Ich bin ein Magnet für Wunder. 52. Ich bin erfolgreich im Manifestieren. 52. Meine Intentionen für mein Leben sind klar. 53. Ich lebe im Einklang mit meinen Wünschen. 53. Ich kann im Hier und Jetzt jeden Moment genießen. 53. Ich entscheide mich dafür, gut und lieb zu mir zu sein. 54. Ich glaube an meine Wünsche. 54. Ich unterstütze meine Ziele. 55. Ich bin von anderen Wesen umgeben, die mich unterstützen. 55. Ich bin offen dafür, wundervolle Dinge zu empfangen. 55. Ich habe eine positive Einstellung gegenüber Reichtum und Fülle. 55. Ich habe immer genug und trage alles, was ich brauche, bereits in mir. 55. Ich bin genug und ich kann genug. 55. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 55. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 55. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Wünsche immer erfülle. 55. Ich kann alles manifestieren, was ich möchte. 55. Ich bin ein Magnet für positive Energie und Manifestationen. 55. Ich vertraue in das Leben. 55. Ich erlaube alle wundervollen Dinge, die das Universum mir zu bieten hat, 56. Ich bin ein Magnet für die Welt in meinem Leben. 56. Was ich sehen oder spüren kann, ist bereits meins. 56. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 57. Jeden Tag offenbaren sich wundervolle Dinge in meinem Leben. 57. Ich erlaube mir, mein Wunschleben zu leben. 57. Ich bin gesegnet und erfüllt. 58. Ich habe positive Energie. 59. Ich werde von Liebe und Freude geführt. 59. Ich bin ein Magnet für Wunder. 59. Ich bin erfolgreich im Manifestieren. 59. Meine Intentionen für mein Leben sind klar. 59. Ich lebe im Einklang mit meinen Wünschen. 60. Ich kann im Hier und Jetzt jeden Moment genießen. 61. Ich entscheide mich dafür, gut und lieb zu mir zu sein. 61. Ich glaube an meine Wünsche. 61. Ich unterstütze meine Ziele. 62. Ich bin von anderen Wesen umgeben, die mich unterstützen. 62. Ich bin offen dafür, wundervolle Dinge zu empfangen. 63. Ich habe eine positive Einstellung gegenüber Reichtum und Fülle. 63. Ich habe immer genug und trage alles, was ich brauche, bereits in mir. 64. Ich bin genug und ich kann genug. 64. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 64. Ich gebe immer mein Bestes und das ist gut genug. 65. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 65. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 66. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 66. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. 67. 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 Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Amen. 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 Amen.